Ich würde mich hier einfach mal vorstellen, ich heiße Tim Storff, ich arbeite mit Desart zusammen und bin irgendwie Musiker oder versuche es zumindest. Und auch natürlich riesiger Star Wars Fan, das ist eine Ehre, dass ich hier dabei sein darf. Und genau, ihr seht hier direkt ein Keyboard. Wie es dazu kam, man hat mich gefragt, ob ich mal was spielen kann für den Star Wars Stream. Und tatsächlich habe ich sogar schon mal Star Wars gespielt. Das war damals noch in der Schule, das war ein Star Wars Medley mit meinem Musiklehrer zusammen. Das war vierhändig und darauf hatte ich so Lust, deswegen habe ich mir den dazu geholt und genau, habe da was mit ihm arrangiert und auch vorgespielt. Und das war mir noch irgendwo in Erinnerung, deswegen zeige ich das heute hier mal. Ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. 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 Ja, das war unsere kleine Mini-Show. Tut uns sehr leid für diesen letzten Part. Wir haben ein bisschen versucht, ein paar verschiedene Sounds reinzubauen. Wir hatten einmal Abriss-Ski, dann Trap und 80er. Und ja, wir danken euch, dass ihr zugeschaut habt. Jetzt geht es gleich weiter mit dem Quiz und ich würde sagen, ich gebe an die Regie weiter. Vielen Dank, dass ihr dabei sein dürft und euch noch einen schönen Stream.